Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie gewohnt der Wochenausblick, oder was heißt wie gewohnt, letzte Woche das erste Mal, nachher glaube ich mal halbem Jahr Pause, aber trotzdem. Wie gewohnt der Wochenausblick, wir schauen uns die aktuellsten News an, die diese Woche entscheiden werden könnten. Außerdem schauen wir uns natürlich an den DXY, also den Dollarindex. Wir schauen uns den Dow Jones an, wir schauen uns den Nasdaq an, wir schauen uns den S&P 500 und Bitcoin natürlich an, welche Richtung da möglicherweise diese Woche entscheiden werden könnte oder was im Endeffekt viel passieren könnte. Und bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts dazu zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, weil da kriegt ihr dann, sag ich mal, noch mehr, viel, viel mehr Input. Und schreibt gerne euren Kommentar unten rein, wenn euch dieses Format gefällt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit investing.com, mit den ganzen News im Endeffekt, die die Woche anstehen. Ich habe jetzt zweimal rausgesucht, die etwas Bewegung reinbringen könnten. Einerseits in der Eurozone der Verbraucherpreisindex, der im Endeffekt hier alle zwei Wochen immer wieder aktualisiert wird. Und Prognose haben wir weiterhin bei 10%, aktuell ist es 9,9%, also ein bisschen zurückgehend, obwohl man das jetzt auch nicht hier wirklich dazu sagen kann. Aber trotzdem könnte möglicherweise die erste kleinere Bewegung wieder in den Markt bringen. Letzte Woche war Zinsentscheid in der EU. Mal schauen, ob das dann jetzt so in den nächsten Wochen immer mal wieder Auswirkungen haben kann. Aber wir befinden uns hier weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Also 10% ist schon heftig in der EU. Trotzdem, ob das schon wirklich der Boden war in der EU, in den USA, sehe ich das Ganze ein bisschen positiver, weil da schon eher die Zinsen einfach erhöht wurden. Aber hier momentan sehe ich dem Ganzen ein bisschen schwarz gegenüber. Aber das könnte, wie gesagt, am Dienstag kommt hier die Meldung raus. Auf jeden Fall mal drauf achten am 31. Oktober. Gut, dann ist natürlich das Thema aller Themen der Zinsentscheid der FED. Und zwar nicht um 21 Uhr. Da muss man wegen Zeitumstellung so, muss man da ein bisschen jetzt drauf achten. Wir haben ja in Europa Zeitumstellung heute. Stimmt, wir haben heute Zeitumstellung. Da dann auf jeden Fall drauf achten. 21 Uhr steht hier. Prognose, wie gesagt, sind die 4%. Also die 4% sind auch vom Markt eingepreist. Alles andere wäre wirklich überraschend. Aber eher dann in die andere Richtung, nämlich nach unten. Es wird zwar schon gemunkelt, hört man auch immer mal wieder so Stimmen. Aber ich glaube nicht noch jetzt. Also bis Ende des Jahres jetzt sind erstmal 4% drin. Nächsten Monat müssten es dann 4,5% sein. Also nochmal 50 Basispunkte Erhöhung. Aber das ist in den Markt eingepreist. Wichtiger sehe ich dann um 21 Uhr eher, wie die FED dann nochmal spricht. Gibt es da nochmal größere Auswirkungen? Dann ist da vielleicht doch mehr bekannt, dass man jetzt versucht, die Zinsen doch ein bisschen deutlich nach unten zu schieben oder nicht. Aber das sollte momentan in den Markt eingepreist sein. Das könnte natürlich in der Stunde dann wieder ein bisschen volatiler werden, nach oben und nach unten. Ob wir dann Livestream jetzt unbedingt machen, ganz ehrlich, sagt ihr es mir. Wenn ihr darauf Bock habt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Aber ansonsten würde ich da jetzt nicht unbedingt ein. Ungefähr am 2.11. ist es ja, wenn ihr Bock habt, schreibt es unten rein. Wenn nicht, ganz ehrlich, im Endeffekt, es ist eingepreist. Wir brauchen uns jetzt nicht vor dem Chart hocken und 5 Minuten darüber reden. Oh, es geht hoch, es geht runter. Braucht man nicht unbedingt machen. Aber gut, wenn ihr Bock drauf habt, gerne unten reinschreiben. Aber das ist im Endeffekt eingepreist. Die 3, ähm, äh, die 4% Erhöhung, die Prognose liegt bei 4% ist es eingepreist. Alles andere darüber oder darunter würde extrem überraschen. Drunter wäre natürlich Bullish. Also das heißt 3,75% wäre extrem Bullish. Das heißt, die Kurse könnten nochmal deutlich, deutlich implodieren. Alles darüber, was ich momentan echt nicht glaube, wäre natürlich Bullish. Und dazu kommen wir dann auch gleich zu einem ersten Chart und zwar dem DXY, der ja momentan seine Rallye enorm, enorm fortgesetzt hat. Ihr könnt auch hier nochmal, habe ich diese blaue Curve-Kurve mal eingezeichnet. Die wurde jetzt auch gebrochen. Das heißt, der Trend ist erst einmal gebrochen. Zumindest erst einmal. Wir hatten dann natürlich hier in dieser grünen Box erstmal ein bisschen Support gefunden, auch an dieser gelben Abtrendlinie. Sind dann jetzt in diese grüne Box, die mache ich mal ganz kurz weg, sind dann in die obere grüne Box, in dieses Retracement erstmal mal reingekommen und konsolidieren jetzt eben hier erstmal. Ich kann mir vorstellen, dass es zumindest jetzt diese Woche nochmal ein bisschen weiter rauf geht. Zumindest hier in dem Bereich der Ineffizienz, eben aufgrund dieser Fett-Prognose. Klar, stärkt wiederum den Dollar, Zinsen werden erhöht. Aber ob das dann wirklich nachhaltig ist, das wage ich zu bezweifeln. Und ich sehe ganz ehrlich, es wird wirklich interessant, sollten wir dieses tief brechen und dann wirklich der DXY hier mal in den Bereich der 108 US-Dollar runtergehen. Dann könnte das enorme, diese enorme Rally erst einmal starten. Also DXY momentan kurzfristig, zumindest bis zum Zinsentscheid, könnte das bullisch werden. Alles darüber bin ich ehrlich gesagt momentan überfragt. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal, zumindest jetzt kurzfristig, diese 120 sehen. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir jetzt erstmal so ein Retracement hier runter in den 108 bis 107,9 Punkte Regionen hier runterkommen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann eben vielleicht wirklich gegen Anfang des Jahres dann doch nochmal so eine Rallye sehen bis 115, 116 Punkten einfach nochmal. Das wäre momentan auch mit Hinblick, ich zeige es euch jetzt nochmal, ich habe es euch ja vorhin schon im Video gezeigt, mit Hinblick auf das Wyckoff im Endeffekt das beste Szenario. Also ihr wisst, was ich meine, dass wir hier einfach nochmal diese Rallye sehen bis ungefähr 24.000 US-Dollar. Grob, nicht jetzt auf den Dollar genau hier das nehmen, aber dass wir eben diese Rallye sehen in Richtung 24.000 US-Dollar. Dann der DXY nochmal eine ordentliche Rallye kriegt. Das heißt, wir würden nochmal deutlich, deutlich nach unten crashen in den Bereich der 16, 17, 18.000 US-Dollar. Die Springphase bilden laut Wyckoff und dann eben die Rallye starten. Und das würde dann im Endeffekt auch den DXY einknicken lassen. Und da wären wir dann jetzt im Endeffekt schon bei Bitcoin. Was könnte das für Auswirkungen haben? Wie gesagt, die Zinsen sind eingepreist. Für mich momentan ist ganz ehrlich wichtiger, wie wir die Woche abschließen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Auch auf dem Binance-Chart liegt einfach die Zone bei 20.470 US-Dollar, die wir übertreffen sollten diese Woche. Das wäre bullish, alles darunter wäre nicht wirklich sonderlich bullish. Also Weekly Close darüber wäre top. Dann hätten wir die Hochs abgegriffen, hätten hier oben sogar noch konsolidiert mit sehr, sehr viel Volumen. Und dann könnten wir im Endeffekt noch ein Stückchen weiter nach oben ballern. Wäre Wunschszenario und könnte dann auch im Endeffekt in der Woche, je nachdem wie die Märkte dann aussehen, stehen nicht wirklich viele sonderliche News an. Aber Freitag war ja sehr, sehr bullish auch, was die Indizes abgeschlossen hat. Könnte das zumindest diese Woche eine ordentliche Rallye starten. Also abschreiben möchte ich es nicht. Klar, man könnte nochmal einen kurzen Rücksetzer hier unten in die Region um 20.000 US-Dollar kriegen. Aber grundsätzlich sieht die Woche oder was von den News angeht, bis auf die Fettsitzung, im Endeffekt sehr, sehr gut aus. So, dann schauen wir uns den DXY an. Im Endeffekt DXY hat sich beide Ineffizienzen hier geholt. Den Dow Jones 30, meine ich natürlich, hat sich beide Ineffizienzen geholt. Wir kommen jetzt hier ins 0786er und in die erste 4-Stunden-Supply-Zone, die erst einmal Rückstoß geben könnte. Ansonsten krasser Abtrend im Endeffekt, krasses Volumen. Also Dow Jones sieht sehr, sehr gut aus momentan. 0786er, wie gesagt, kommt jetzt erstmal hier rein auf den Daily-Chart. 200er SMA ohne Probleme, erst einmal überwunden. Aber da müssen wir jetzt gucken, kommen wir hier in dieser Daily-Supply wirklich so easy drüber oder werden wir hier erst einmal abverkauft. Das müssen wir dann erstmal gucken. Nächster stärkerer Support wäre dann auf jeden Fall hier unten in der 30.000 US-Dollar-Region. Aber wie gesagt, wir haben das Rising Wedge Bullish nach oben hin aufgelöst. Sehr, sehr gutes Zeichen. Also der Trend ist intakt. Jetzt wird es sich einfach zeigen, sehen wir jetzt Anfang der Woche. Zumindest erst einmal hier so eine kleine Konsolidierung hier oben. Wäre vielleicht sogar ganz Bullish mit so einer Art Bull-Flag. Und dann möglicherweise zum Zinsentscheid, sollte, nicht zum Zinsentscheid, zum, ja doch zum Zinsentscheid, sollte da wirklich sich ein bisschen was Bullischeres rauskristallisieren. Das heißt, okay, man überlegt die Zinsstraffung doch ein bisschen zurückzusetzen. Dann könnte das natürlich dem Dow Jones auch nochmal ordentlich Fahrtwind geben. Und nicht nur dem Dow Jones. Da haben wir auch im Endeffekt schon drüber gesprochen. Nasdaq und so sieht im Endeffekt alles gleich aus. Wir haben die Ineffizienz, beziehungsweise das Gap hier rausgenommen. Sieht im Endeffekt genauso aus, nur nicht so stark. Also man muss schon sagen, Dow Jones überflügelt momentan alles. Wir hatten weiterhin diese Bullische Reaktion hier beim Nasdaq aus unserem Golden Pocket. Also sehr, sehr gutes Zeichen. Trotzdem schreibe ich hier unten dieses 0786er, beziehungsweise hier dieses letzte Tief noch nicht ab. Aber wir haben die erste Reaktion bekommen. Sehr, sehr gutes Zeichen auf jeden Fall. Und wir haben jetzt auf jeden Fall noch Luft, sage ich mal, bis ungefähr 12.000 Punkte. Einfach dieses Hoch hier nochmal abzugreifen. Das wäre jetzt erstmal so der Fahrplan diese Woche. Wir können uns dazu nochmal ein FIP-Level ziehen. Wobei wir da noch ziemlich, ziemlich am Anfang sind. Da sehen wir jetzt erstmal am 0382er Rejected. Also das 05er wäre das erste Ziel bei ungefähr 12.082 Punkten. Oder dann auch das Golden Pocket, je nachdem wie die Woche schließt. Aber ich denke mal, so die 12.000 Punkte könnte so der erste Anlaufpunkt diese Woche sein. Zinssätze sind eingepreist. Da sollten keine riesigen Überraschungen mehr kommen. Dann S&P 500 am 05er gebounced. Auch hier schön an dieser ehemaligen Box. Schön aufgekauft, seitdem auch extreme Rally hier mittlerweile hingelegt. Schauen wir uns auch hier mal ganz kurz das FIP-Level dazu an, ob wir hier irgendwelche Überschneidungspunkte sehen. Auf dem Daily Chart. Und da sehen wir, okay, wir sind schon am 05er. Das heißt, der nächste Step wäre hier das Golden Pocket bei ungefähr 4000 Punkten. Kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Was wir aber darüber noch beachten müssten, ist einfach noch der Punkt, wir haben hier oben nochmal so ein kleines Gap. Bis in den Bereich der 4082 Punkte. Das heißt, wir könnten diesen Bereich nochmal übertreffen. Haben dann auch hier oben gleich noch den 200er SMA auf dem Daily. Das heißt, hier kommt wieder eine Menge, Menge Widerstand zusammen. Und dann könnten wir erstmal diese Rally zumindest mit einem Rücksensor und dann einen möglicheren höheren Tiefpunkt erst einmal nächste Woche oder übernächste Woche dann erreichen. Die nächste Woche, sage ich jetzt mal, ist noch nicht so kritisch. Mir kommt es ganz ehrlich eher auf die Woche da drauf an. Wenn einfach die Inflationsdaten aus den USA kommen. Nimmt sie ab. Und da möchte ich jetzt mal so einen ganz, ganz kleinen Überblick geben. Einfach mal so für die nächsten, über die übernächste Woche einfach mal, um euch das mal zu zeigen. Weil ich bin ganz ehrlich davon überzeugt, dass die Inflationsraten ehrlich gesagt runter gehen. Prognostiziert sind, glaube ich, 8,1%. Ich kann mir irgendwas im 7er Bereich vorstellen, ganz ehrlich. Hat den Aspekt, guckt euch einfach mal den Ölpreis an. Was ja immer von den Energiepreisen und sowas, was ja immer dazu rangezogen wird. Und sind wir einfach im Endeffekt jetzt da, wo wir vor einem Jahr waren. Also es gibt keine wirklichen Auswirkungen mehr, was jetzt vom Rohöl-Lagerbeständen zumindest, beziehungsweise vom Rohöl anbelangt. Klar, wir sind jetzt genau, wir sind minimal drüber. Aber das sind keine riesigen Inflationsaussätze. Guckt euch den Trend davor an. Hat auch kaum Auswirkungen gehabt. Und das kann man im Endeffekt auf viele, viele Sachen beziehen. Auf Weizen, auf Erdgas. Vor allem Erdgas hat sich ja jetzt im Endeffekt wieder eingependelt. Und die Inflationsraten beziehen sich immer auf ein Jahr zuvor. Und könnte das wirklich, oder sollte sich das jetzt im Endeffekt auch diese Woche so stabilisieren oder auch die nächsten Wochen, kann ich mir hier wirklich den ersten Rücksetzer von den Inflationsdaten denken. Und nicht nur im 8er-Bereich, sondern wirklich auch sogar im 7er-Bereich, dass sie deutlich, deutlich zurückkommt, beziehungsweise zurücknimmt jetzt erst einmal. Aber das sind, wie gesagt, momentan meine Aussichten. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass das erst einmal dann so passieren wird. Die Märkte werden wahrscheinlich darauf bullisch reagieren. Deswegen kann ich mir vorstellen, so, ich glaube am 9. November oder so, oder 8. November kommen ja die Daten, könnte ordentlich bullische Bewegung in die Märkte kommen. Und dann könnten auch, wie wir es uns heute früh im Video angeschaut haben, Cardano etc. pp. auf jeden Fall nach oben hin ausbrechen, aus ihren bullischen Falling-Redge-Bewegungen. Und das wirklich zu einer Jahresendrallye führen. Und das würde natürlich auch zu Bitcoin führen. 23, 24, 25, was wir angesprochen haben, sind die möglichen nächsten Schritte. Aber wie gesagt, in zwei Wochen oder eineinhalb Wochen, ehrlich gesagt, wissen wir mehr. Gut, das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Woche dann, wie gesagt, auch wieder jeden Sonntag jetzt oder jeden Samstag, machen wir einfach diesen Wochenausblick. Wenn ihr Bock drauf habt, unten einen Kommentar da lassen, würde ich mich darüber freuen. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.